Institutsdirektor Prof. Christoph Meinl im angeregten Gespräch mit einer Legende des Internet. Vinton Cerf, einer der zwei Väter des World Wide Web, zu Besuch am HPI. Der Informatiker, der Mitte der 70er mit der Erfindung des TCP-IP-Protokolls den Grundstein für das heutige Internet legte, erhält bei einem Rundgang einen Einblick in die Potsdamer Ausbildungs- und Forschungsstätte. Den 67-jährigen Netzpionier überzeugt vor allem der Ingenieurscharakter, den die IT-Arbeit des HPI prägt. Ein Besuch in der HPI School of Design Thinking. Die freien Arbeitsbereiche und Kreativelemente ganz abseits der Norm erinnern Cerf sogleich an seine jetzige Wirkungsstätte bei Google, wo er als Vizepräsident tätig ist. Auch die Demonstration der HPI-Forschungen im Bereich der explorativen Suche in Videoarchiven stößt auf großes Interesse. Dass Videodaten hier vollkommen automatisiert in Bild und Ton analysiert werden, beeindruckt Cerf besonders. Die zahlreichen interessierten Fragen-Servs haben einen guten Grund. Denn als Google Internet-Chief-Evangelist ist er stetig auf der Suche nach vielversprechenden Neuentwicklungen, auch für das Googlen nach Videos. In einem Festvortrag blickt Cerf dann auf die Zukunft eines immer schneller wachsenden Internets. Er gibt einen Überblick über die zahlreichen Technologien aus dem Hause Google und beschreibt seine Aktivitäten im Bereich des Interplanetary Networks. Das NASA-Projekt entwickelt neue Protokolle für die Kommunikation von Planet zu Planet und hat hierbei besondere Herausforderungen zu bewältigen. Der ist eine andere Problem. Es ist called Celestial Motion. Und die Planeten sind rotatig und wir haben nicht gefunden, wie das. So, die Problem ist, dass wenn du ein Punkt-to-Punkt-Radio-Links hast, und du sprachst zu jemandem auf der surface des Planeten, und die Planeten rotatest, du kannst nicht mehr sprechen, denn es ist auf der wrongen Seite des Planeten. So, das disrupts die Kommunikation. Mit der Auszeichnung zum HPI-Fellow würdigt das Hasso-Plattner-Institut schließlich die Arbeit eines Mannes, ohne den die heutige Kommunikation sicher um einiges anders aussähe. Surf zeigt sich geehrt und fühlt sich an die Worte seines Kollegen Bob Kahn erinnert, der mit ihm gemeinsam das TCP-IP-Protokoll entwickelte und ebenso HPI-Fellow ist. Und wir können uns aufhören, um die Erfahrungen der Institutionen zu verabschieden.